Ah, ha, ha, you already wanted that finished, didn't you, buddy? Ich habe einen Monat, als die OG Season wieder zu Ende war, angefangen aktiv in Chapter 5 zu spielen. Ich kann gar nicht gut bauen, jedoch ist mein Aim sowie meine Game Sense besser als von vielen Pros. Und scheinbar war das Glück mit mir und ich habe mal random im Stream beim Ranked-Spielen Mongral weggesnipet und mit Fix noch Mr. Savage gekillt. Ich konnte es zuerst auch nicht glauben, bis Mongrals Chat in meinen Stream kam. Schaut euch meine Reaktion an. Ansonsten den ganzen Clip seht ihr im Video und damit viel Spaß mit Road to Unreal Chapter 5. Lass gerne ein Abo sowie ein Like da, ich mache YouTube seit einem Monat und ich würde mich über Support freuen. Nutzt doch gerne den Creator Code ArcaneA zum Itemshop. Und nicht zu vergessen, das Giveaway vom letzten Video wird am Ende aufgelöst, deswegen schaut bis zum Ende. Und die gehen schon auf die Insel. Und die gehen schon auf die Insel. Und wo? Was heißt hinten? Ich bin tot. Ich sehe ihn. Einer 100, cracked. Ich sehe dahinter hinter dem Gebäude da. Und als auf ihn? Das weiß ich. Mein Teammate wurde in dem Moment genockt, heißt ich probiere so viel Space zwischen ihm und dem Gegner zu bekommen. Einer nockt. Was? third party ist der beste aspekt für den endgame zu sparen wenn ihr ein solospieler seht bleibt an ihm dran und kattet andere teams von ihm ab ja noch 100 drüben muss nichts muss nicht wenn du nicht wenn ihr im late game auf height gehen könnt habt ihr das game so gut wie eine tasche 100 30 100 ich war auch wieder im cds kanzler sind Ich mach jeden Tag 200 Meter Snipe. Ja, aber nicht solche. Doch. Und du hättest immer nur Basis und dessen willst du dann einfach Headshots. Doch, die Headshots sind kein anderer. Ja, von allen theoretisch. Hier ist noch eine mit Holo, wenn du willst, ne? Nämlich. Ich kann nach vorne mehr gleich einen snipen. Einer snipet. Lockt. Er hat die Marke, ich finish ihn. Also ich komme raus, ne? Ja, ja. Ich bin von hinten, ich bin von hinten auch irgendwo gesnipet. Ja, dann komm her. Dann lass hinterm Stein und dann gönnen wir uns das. Tschüss Ding. Wurde dann aber auch gleich direkt Moven, weil wir haben an sich eine Marke. Wir haben... Ich hab einen BG, ne? Ist hier vor mir gerade gelandet. Da unten, unter mir. Ich hab die kassiert. Oh mein Gott. Wurde kurz nen Piggy. Oh mein Gott. Weiß ich. Einer knocked. Knocked. Übrigens nen Piggy. Die ist noch ein anderes Team, ne? Ja, doch. Ich hab ihn noch nicht gedrückt. Scheiße. Ich hab ihn 90 gedrückt. Scheinbar. Ich hab minus 2 gemacht für das Game, warum auch immer. Wir haben uns engage raus, ne? Ja. Einer ist auch nach hinten abgehauen. Ja, die hauen nach hinten ab, ne? Ja, ja. Einer knocked. Wo? Wo? Ja, hier an Ping. Ich kann finishen. Finish. Ich hab auch nicht. Muss auch nicht mehr. Wunder hat es. Cracked. Ja. Okay. Da drüben ist ein Team. Knocked. Headshot. Ja. Da hinterm Berg. Er baut direkt zu. Ich weiß nicht, ob du drüber Anilas struggle bleibt, ne? Ja. Sein Team hat er noch nicht gerne hochgeholt. Sein Team hat er noch nicht hochgeholt. Er hat minus 60 von mir nochmal. Kannst du besser? Er ist cracked. 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 Er kann doch nicht hielen. Wenn du ihn nicht hielen lässt, dann ist er dead. Er ist hinten. Nochmal. 30. Nochmal cracked. Nochmal cracked. Stark. Da ist ein anderes Team. Ja. Ich glaube, ich würde einfach wirklich jetzt die Mark holen, ne? Ich würde dann die Autogramm spielen. Was? Moment. Das ist eine AK. Warte, ich würde von... Wenn das die Bordsteam ich abschieße. Ja, okay. Ja. Ach Gott schon. Also er ist noch ein bisschen voll hier. Oh mein Gott. Er ist runtergedockt. Cracked. Nochmal cracked. Nice job. Digga. Aber was war denn sein Problem? Ich würde nicht weiterfalten. Ich würde einfach weitergehen. Dann haben die Typen hier wahrscheinlich ne Wetterstation. Weil die wussten, dass die Zone hier ist. Lass einfach über dir drüber gehen, oder? Ja. Ja. Muss man da. Keiner 100. Nehm uns. Komm mal. 100 cracked. Dann nehme ich glaube ich sogar eine Ferry mit. Wir sind in den Busch gegangen. Die anderen sind über uns. Warte mal kurz zurück bitte. 100 gerückt. Einer knocked. Einer knocked. Hier vorne. One thing. Hier, hier. Da. Die Cone. Die Cone. 100 down. Wir müssen move'n. Bin bei dir. Wow. Fat green hier eigentlich, ne? Ich hab'n Madcat. Wenn du dazu bauen kannst, ich kann. Komm. Digga. Genau in uns drinnen, ne? Ja. Warte, ich hab' hier. Komm her. Ja, Madcat. Drop mal, Madcat. Komm her. Liegt's. Mit den drücken drauf gemoved. Ja. Keine was droppen, wenn du willst hier. Danke. Hab' ich mir jetzt schon Madcat gedrückt für die 60, oder? Äh. Unter uns 60? Einer knocked. Einer knocked. Einer knocked. Einer knocked. Einer knocked. Was? Lass dich den Bäume gehen. Bäume abfahren. Ja. Mit den drücken, ne? Du bist ganz gut in der Fall. Du bist ganz gut in der Fall. Du bist hier drin. Patricia, ich kann nach oben grapplen. Komm. 42. Muss mir Madcat drücken. Ich hab' dich vor der mit Spuren kassiert. Du musst gleich bauen, du musst gleich bauen und die drücken Madcat. Jo. Die pushen gleich nach oben. Ich glaub' die haben keine Madcat. Da unten. doch noch mehr zeit nein habe ich gesagt Ja die haben wir nicht mehr machen jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin auch nockt Nice Sehr schön Wie gesagt, gut gespielt, ja Auch gut plus Ah, die beiden hier Oder da sind welche Oh, beide Damen Brauch ich nicht, dann sind die Sogar auf den Zug aufgestiegen Weil rechts vom Zug lag nur was grünes Übergräst Ja, will gut Welche hier unten haben wir hier gebaut Ah, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt Was denkst du, haben die schon ein Ressort aufgemacht? Ah, die sind hier, die sind hier Ah, die glaube ich nicht Haben mich auch gesehen Oh, das ist geil, Bobby Hedgehog sniped From 8m From 8m That guy's hit 100 in front of you You really wanted that finish, didn't you, buddy? Bro Epic miss, epic miss Check, yes Fuck, man Why are the Oh, I just want to fucking Hit my monitor with my headset right now, bro I got a haircut today So, every time I try to pee zone, they're just holding their fucking palm, bro So crutch I got a haircut today Nice, nice, stream, stream, stream Ich würde actually für zone spielen, ne? Ich habe ansonsten kein green hier mehr Ich habe auch keinen movement Ah, stopduck, stopduck Stopduck, ja, stopduck Ja, ja Links in die mit Auto Wer hat geradet? Ne, wir haben gerade scheinbar Mongral und Savage gekillt Ich habe halt immer noch keinen movement, das ist problematisch, ne? Hier ist close hinter dem Schein Knocked Sehr schön, sehr schön Oh, hier liegen zwei genockte Was ist das denn? Kannst du, hat einer movement, hat einer movement, hat einer movement Ah, ich weiß nicht Impulse, ich nehme kurz mit Ja, ja, der hat, der hat, der ist die Pribler, da ist Pribler Ja, ja, zwei Team Einer Headshot Oh mein Gott Dinger, ich hab den Kopf Ich muss reloaden Wir laufen, eine andere Team, noch ein anderes Team, Approach, anderes Team, besten Einer 100 Einer knockt, einer knockt, einer von mir, einer push mich, einer push mich Ja, ich sees Haben wir untergeschossen Nice Kannst rauskommen, weil wir Ich bin, ich bin an sich fein, naja Ah, jetzt hab ich nochmal 20, hab ich nochmal 20 gedrückt Das ist das ober, ne? Nice, sehr schön, sehr schön, sehr schön Was? Achso, hast du ihn knockt? Ich weiß nicht, wer der Team hat dein Schild, ne? Ist das noch drin, ist nicht mehr, da doch es drin Wollen wir uns nehmen? Nein, 50 auf beide Lass da hoch, lass da hoch Okay Und mein Baum, muss da noch? Da links von uns rechts Ja, rechts auch, rechts hat auch hoch gemoved Rechts von uns, rechts hinter uns, rechts hinter uns, rechts hinter uns Oh mein Gott Habe ich Zeit noch zum Ding zu? Ich glaube, das ist ein bisschen Schau mal links, rechts von mir, rechts von mir Über die, über die, über die Über die, über die, über die Ah, nicht Sorgen, ich muss gleich nochmal move'n Ach, scheiße War nicht meine Wand Egal Gute Runde doch Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wir sind jetzt 32% Champion und werden heute 19 Uhr im Stream probieren auf Unreal zu kommen Ich bin immer 19 Uhr live auf YouTube, so wie auf Twitch, also schaut gerne vorbei So, und um das Gipro nicht von deinem letzten Video zu vergessen, losen wir jetzt die Kommentare vom letzten Video aus Insgesamt waren es 10 Kommentare Ich habe den YouTube-Link hier auf irgendeiner Webseite reingepastet Wir legen los und der Gewinner kriegt 1000 V-Bucks Mal gucken, wer es sein wird Kairo KairoPlays12 Schreib mir gerne auf Discord Link ist in der Bio Oder ich werde dich gleich in Fortnite adden Nimm gerne mal eine Freundschaftsabfrage an Und ich bin heute 19 Uhr live Kannst du gerne rein ins Stream kommen Und ich werde dir irgendwas giften Oder wir schauen im Discord, wie wir das regeln Schreib gerne einen Kommentar Oder lass es mich wissen Ansonsten viel Spaß Und dann sehen Sie sich im nächsten Video